Schönes Lied immer noch. Jetzt können wir uns endlich ungehemmt herzen. Sag mal, hast du Lust mit mir, Wünsch dir was zu spielen? Ach so. Ja, weißt du, das ist nichts Werkliches. Du musst keine Angst haben. Und du siehst doch nicht aus wie irgendwer Dünn. Und ich hab's nicht mitbekommen. Dann haben wir das letzte Mal eigentlich gesungen. Und warum? So, wärt ihr soweit? Ja, die ganze Zeit. Wir vertreiben uns hier sozusagen die Wartezeit. Achtung! Ingrid aus Berlin. Ich kann kochen. Ich kann kochen. Schön. So. Schön gesungen. Jetzt können wir uns endlich ungehemmt herzen. Grüß dich. Hallo. Grüß dich. Sag mal, also nicht, dass ich Gedächtnisschwund hätte. Ja, stopp mal. Und bitte. Schön gesungen. Jetzt können wir uns endlich richtig herzen. Genau. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wann haben wir das gesungen? Sag mal. Ach so, jetzt sag ich das. Nein, gar nicht. Wir sind zusammen. Pssst, psst. Ja, bitte beide noch ein ganz kleines Stück nach links gehen. Gut, recht. Alles klar. Und beide ein klein bisschen nach rechts. Und bitte. Schön gesungen. Danke. Jetzt können wir uns endlich unge... Hm, grüß dich. Unschuldigung. Ja, und für Peter Rohmuth aus Rostock. Und Peter Rohmuth kann sich aus Rostock freuen. Weil, ist natürlich, der muss nicht jetzt nicht extra herkommen. Wenn der sich aus Rostock freut, reicht uns das. Entschuldigung. Wir haben schon ganz viele Leute kennengelernt, die sich aus Wismar gefreut haben oder aus Greifswald. Aber aus Rostock... Nee, gerade nicht. Nee, nee. Dann entschuldige ich mich hier mal. Ja. Pssst, der erste... Lippi hat mich abgelenkt. Freuen Sie sich bitte aus Rostock über Severin. Nix. Ach, hör doch auf. Und wir haben dafür.